Willkommen, mein Name ist Oliver Bärwolf. Ich bin bei TechArt verantwortlich für die Produktberatung. Heute möchte ich Ihnen die neue Funktion TechArt Office vorstellen. TechArt Office ist ein integrierter Dokumenteditor für alle gängigen Office-Formate. Es ermöglicht die direkte Bearbeitung von Dokumenten in der TechArt Business Software, das manuelle Herunterladen aus dem TechArt System, die lokale Bearbeitung auf dem PC und das erneute Hochladen nach TechArt entfällt. Wir haben auf eine bewährte Online-Office-Lösung zurückgegriffen und diese in das TechArt Dokumentenmanagement-System integriert. Das TechArt Office ist bei allen TechArt Cloud-Systemen bereits aktiviert. Für TechArt Server-Systeme muss eine entsprechende Lizenz erworben werden. Die Bearbeitung von Dokumenten funktioniert mit dem TechArt Starter ab Version 4.9 und mit einem aktuellen Browser wie zum Beispiel Google Chrome oder Firefox. Dieses integrierte Office-Tool eignet sich hervorragend dazu, schnell einfache Dokumente zu erstellen oder bestehende Dokumente mit einfachen Mitteln anzupassen. Nun werde ich Ihnen zeigen, wie Sie das TechArt Office nutzen können. Dazu verwende ich die TechArt Live-Demo, ein Testsystem, in dem auch Sie testen können. Zunächst müssen einige Einstellungen gesetzt werden, damit das TechArt Office für die Bearbeitung von Dokumenten aktiviert ist. Dazu gehen wir in die Benutzereinstellungen hier oben in der Menüleiste. Wir bleiben auf dem Register Allgemein und scrollen nach ganz unten zu dem Bereich Dokumentenbearbeitung. Hier können für alle Dateitypen entsprechende Aktionen festgelegt werden. Wir bleiben hier bei DocX Word-Dateien und haben hier mit einem Doppelklick und der Auswahlliste alle Optionen zur Ansicht. Wir bleiben bei Bearbeiten mit internem Editor und gehen auf Speichern, um die Änderungen festzulegen. Nun sind die Vorbereitungen getroffen und wir können direkt in den TechArt Dokumentenbereich wechseln, um ein Dokument zu bearbeiten. Natürlich lassen sich neben Word-Dateien auch Tabellendateien oder Präsentationen mit dem TechArt Office ansehen und bearbeiten. Doch ich möchte Ihnen anhand einer Word-Datei zeigen, wie das nun genau aussieht. Dazu öffne ich hier ein Dokument. Das ist der Lesemodus. Um es im Bearbeitungsmodus öffnen zu können, mache ich das nochmal zu und gehe in dem Kontextmenü auf den Bereich Bearbeiten. Das Fenster öffnet erneut und das Dokument wird geladen. Wenn sich das Dokument im Bearbeitungsmodus befindet, ist es für die Bearbeitung durch andere Nutzer gesperrt. Das ist leicht daran zu erkennen, dass die Datei hier rot markiert ist. Die Funktionalität ähnelt denen bekannte Office-Programme. Sie haben hier in dem Menü Startseite alle Möglichkeiten, den Text zu editieren. Daneben befinden sich die Optionen zum Einfügen von Elementen, wie zum Beispiel Tabellen, Bildern etc. Unter dem Bereich Layout gibt es alle Möglichkeiten, das Dokument zu konfigurieren und das Layout anzupassen, wie zum Beispiel Render zu bearbeiten. Weiterhin finden sich hier Quellenangaben zur Konfiguration von Inhaltsverzeichnissen oder zur Ablage von Fußnoten. Im Bereich Zusammenarbeit finden sich Funktionen, wie zum Beispiel das Nachverfolgen von Änderungen oder das Einfügen von Kommentaren. Auf der rechten Seite finden sich erweiterte Einstellungen zur Texteditierung. Zum Beispiel lassen sich hier der Zeilenabstand einstellen oder die Absätze konfigurieren. Unter dem Menü Erweiterte Einstellungen anzeigen, können Sie detaillierte Änderungen zum Beispiel für die Absätze und Einzüge vornehmen. Auf der linken Seite befinden sich die Suchfunktionen, die Funktionen zum Einblenden der Kommentare und des Inhaltsverzeichnisses. Oben rechts befindet sich ein weiteres Menü, das die sogenannten Ansichtseinstellungen. Hier können Sie konfigurieren, wie das Fenster angezeigt sein soll. Zum Beispiel, wenn Sie die Lineale hier ausblenden möchten. Unter den erweiterten Einstellungen finden sich Detaileinstellungen, an denen Sie eigentlich nichts verändern müssen, um das TagalOffice zu verwenden. Unter Menü schließen, kommen Sie wieder zurück zur Dokumentenansicht. Wichtig ist, dass alle Änderungen, die Sie an dem Dokument vornehmen, sofort gespeichert werden. Das sehen Sie hier unten am unteren Fensterrand mit dem Eintrag. Alle Änderungen werden gespeichert. Für die, die es so gewöhnt sind, können weiterhin den Speichern-Button oben links benutzen. Nun kann ich das Dokument wieder schließen, nachdem ich es bearbeitet habe. Und kann es für die anderen Nutzer wieder freigeben. Dazu gehe ich wieder hier in das Kontextmenü und wähle den Menüpunkt Freigeben. Das Dokument wird gespeichert und eine neue Version wird erzeugt. Sie sehen das hier an der Versionsnummer 2 dieses Dokuments. Und hier meine letzten Änderungen. Das war es auch schon mit der Vorstellung der neuen Funktion TagalOffice. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und die Funktion hilft Ihnen im Alltag. Für weitere Fragen stehen meine Kollegen und ich Ihnen natürlich gern zur Verfügung. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.